meine Leute und willkommen wieder zurück zu um sieben um ja weiter geht's hier am Brandweier mit der Linie C 42 zum Bahnhof Krummenab haben wir die Pfeile wieder an ja jetzt haben wir sie an äh jetzt hab ich gar nicht in den Spiegel geguckt oder General hätte gefährlich enden können ein paar Leute haben wir drin ein paar Leute haben wir drin guten Morgen hallo böse Tür ja 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 nicht und der schweigte den Bus zustande verstehe ich jetzt auf dem Kant-Kant-Kantstein so der linke Kant-Stelle mit zum Zittern bringt der erste KI-Bahn der schlau ist wow ich dachte er fährt wieder rechts rum jetzt muss ich mal kurz auf seine Spur gehen sonst ist es zu gefährlich ich mach einfach so sonst ramme ich hinbeweg das war nicht so cool überholen kann ich ja hier nicht das war das nicht verdünftig ja da war auch ein ganz schönes Tempo drauf ich fahr hier mit 80 und hier ist 50 der fährt uns schön mit ich mein wenigstens hält er den Verkehr nicht auf das find ich schon mal gut hallo guten Tag das ist mit mir das ist mit mir das ist mit mir never 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 ever habe ich den berührt ne komm kann mir keiner erzählen das ist wieder ein Kollisionspark ich bin ja grün ne Euro 4 grün das wollen alle raus das wollen alle raus naja klasse jetzt habe ich wieder keine Leute und ja das war eng vorhin aber du weißt hab ich den nicht niemals ok den habe ich berührt ja das ist jetzt doof ja das ist jetzt doof ja so ist gut gehen wir da rüber jetzt blockiert er da die Spur perfekt genau so wollte ich es haben ihr wollt noch ansteigen nach der Aktion die ich eben gebracht habe ok ihr Wunsch ist mir befehlt hallo hallo was ist das überhaupt für Schild jetzt würde ich es mal wissen hier hängen die ganze Zeit solche Schilder an hier hängen die ganze Zeit solche Schilder an hier hängen die ganze Zeit solche Schilder an wow wegen dieser scheiß Laterne irgendwas jetzt in jeder Laterne so ein Schilder oder was NRG 14, NRG 13 oder was was ok hier hängt es nicht über den vielen Laternen habe ich das sonst gesehen ja das ist NRG 13 oder was ach ne das ist Werbung ach das sind Werbungen das habe ich ja noch nie gesehen so eine Werbung vielleicht wäre das andere auch eine Werbung wahrscheinlich sogar City Linie Bremsen von dem Bus sind echt schlecht ja aber wahrscheinlich realistisch das ist natürlich schlecht für mich dann kann ich nicht so heizen das Schild sieht cool aus da rechts habt ihr es gesehen das ist ja unglaublich der hat da seinen Führerschein gewonnen aber was man zu auf und dann klemmt sie noch kann passieren so schön kurze Linie das ist echt eine gute Linie für eine Folge füllt genau einen Part finde ich warum habe ich eigentlich die rote Leiste nicht an ich habe extra das Spiel neu gestaltet damit ich die Leiste habe dann mache ich sie nicht an das ist wieder so typisch Nico ja oha fahr mal rechts rüber dann hast du genug Platz Herr Caibus war sowieso genug Platz aber ich lege ein paar ich lege ein paar So, ich bin ein bisschen schnell unterwegs, aber das passt schon. Hier ist ja keiner, der das sieht, außer den ganzen Anwohner. Hey, ich bin ja so schnell, dass ich nicht mal meine Nummer einen Schritt melken kann. Ja, hier ist das schon in Ordnung, würde ich so sagen. Jetzt bin ich ein bisschen sehr schnell, aber... Ja. Ich hoffe, ich bin hier richtig, ich halte jetzt einfach hier. Egal, ob ich richtig bin oder nicht. Okay, bin ich nicht. Ja, muss ich hier halten, tut mir leid. Ich sehe ihn nur zum Aussteigen. Können Sie mal bitte anders fahren? Jo. Was ist das für eine Linie, Intercity? Nein, dann nämlich es nicht. Ich kann ja ab und zu mal einen Bus nehmen. Wobei ich den Bus so mal, ich würde ihn nicht behalten, aber... Ja, ich kann schon verstehen, wenn jetzt sagt zum Beispiel, dass es langweilig ist. Ich kann es verstehen, ja. So, meine Damen und Herren, ich werde dann sagen, das war es mit der Folge, wir sind nach dem nächsten Mal. Finde ich cool, dass ihr direkt Pause schildert. Zehn Minuten, die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, weil wir ziemlich viel Verfrühung bekommen haben, würde ich mal so sagen. Jo. Eigentlich kann ich jetzt... Also ich verabschiede mich schon mal von euch, tschüsse, bis zum nächsten Mal, wenn ihr jetzt noch reden wollt. Welchen Bus für deine nächsten Folge fahren, guckt einfach jetzt. Ja, es liegt in dem Bus hier. Jaja. Jaja, ist okay. Danke um sie. Okay, dann sehen wir das in der Folge wohl doch nicht mehr. Also würde ich doch sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.